WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So jetzt. Einen Löffel zuge, noch einen Löffel zuge, und dann noch einen Löffel zuge, dann passt eine, eisig ist auch schon gut, passt eine eisig, natürlich die ohne Hälfte sind schon mit dem Wasser angekühlt gewesen, das ist eh klar, und die anderen Hälften, die anderen Hälften sind angefühlt mit einem, also dann wird eine Spritze auch noch auf die Karte, Spritze halt, dann wird alles einmal vermischt, 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 Aber wenn ihr so weit nicht den Scheissmuse ausrastet, ich mach dir gerade ein Video, Hauwerer Ist ein bisschen verrührt, und da, wenn es verrührt ist, müssen wir rosten ein bisschen, so, nächstes Ried, haben wir da eine Bananen, haben wir eine Bananen, die Bananen schneiden wir auf einmal, dann sparen wir uns viel Zeit Oder auch nicht, jetzt sparen wir uns, hörst du Albert, Albert, stellst du mir schon ein Missgibchen hinter, bitte Schnell holen, schnell 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 Aber wir sind auf einmal der Strecke, also, jetzt schau dir mal die Bananen, so wie es euch die Mama gesagt hat, wie sie es machen müsst Also wenn es euch die Mama gesagt hat, wenn nicht, dann schau dir mal an Du hast die Bananen gewaschen Also, nein, du bist auch ein Papa Schuelsarbe, danke So, in den Ausschnitt, oder, in den Schirchen Schau, weg, weg mit dem Scheiss direkt Und dann schau dir mal schnell fein schneiden, fein säuberlich Könnte man feiner machen, oder auch nicht Ich mache das Gräber, weil, ist nicht eh immer Gräber So, ich sehe Filmen tut ihr nicht Aber das schaun und so, wenn er Nein Normalerweise sollte man da gerne patschen Also, jetzt schnibbelt es einmal die Bananen gelungen Und da, wenn ihr es zusammen geschnibbelt habt Ich sage jetzt Obststriebeln, das ist allein unter Obst Sehr das Freie Mit Filmen gerade So, fahrts einmal in die Bananen Wenn die Bananen drin sind, macht es weiter mit den Mandarinen, Zitronen, was weiß ich, was das ist Reißen sie auf einmal Reißen sie auf Reißen sie auf, die Schälen Eine von meinen Assistenten kommt, das ist eigentlich schon die anderen zwei Anschälen Aber es sind beides wärme Aber nein Esst zwar, Idioten seien sie Assistenten Da spritzt ein bisschen die Mandarine Oder Nektarine, was da immer ist Ich bin da beim Essen dabei Ich bin da beim Essen dabei Haben wir eigentlich ein paar Teile Eigentlich wusste, was das ist Haben das Zeige eigentlich Bruchsalat 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 Ja, Bruchsalat Trotzdem gibt es einen So War da Orangen Sicher kommt der Dein Gemüller ist deine Also Bruchsalat Das ist ja Bruchsalat Das ist ja Bruchsalat Also sie ist Orangen Bruchsalat Eben Da ist ein Kerl Da ist ein Kameramann Und wie er im Bier geschieht Der hält das Handy gescheit Der hält die Fotovideokamera gescheit Der kniert sich viel ein in die Haare Der kniert sich ein in die Haare Trottel Muss ich auch mal sagen Jetzt steppt man eine Mandarine zum Schälen Aber beide Alle zwei Achso Alle zwei Passt schon genug Mandarine Geht zu den Äpfeln und Birnen Nein Nein Also Vielleicht schneide sie es wahrscheinlich nicht Aber Schneide sie eine dritte Mandarine Und wenn die Mandarine wieder geschnitten ist Schneide Schön Schön So heißt das Zeug Eine geschissene Scheissmandarine Oder Bragt sie auf Genau Bragt man sie auf Dann haust sie rein Auf Zu Obe Eine Um Vierer zurück Alles gibt es in dem Video Kann man mal unterentertainen Das kommt Mehr als man von euch zwei Idioten behaupten kann So Dann gehst du her Ein Apfel Schneid sie durch in der Mitte Normaler schneid sie es raus Aber Ist ja wurscht Dann schneid sie da mal so Ja ist eh wohl Mit der Wiener sind sie es Einmal so Eigentlich Das läuft besser als man glaubt Bestimmt Ich muss sagen Ich bin super Am Anfang Das kannst du dann eigentlich Das nächstes auf die Zeitmaid Das kannst du später noch mal essen Votentes draußen Aber Also Ich kann das wirklich einmal Bestimmt Ich bin super Aber Heute Jetzt allein ist ein Wurstsalat Ei Ups Ist ja Wurst wie der heißt Ein Fan von Salat Ein Salatwirt Jetzt kommen wir schon wieder zum Waffeln Jetzt kommen wir schon wieder zum Waffeln Die Zuschauer sind da Ein oder zwei Euro Aber nicht die Kugel Aber nicht die Kugel Also Jetzt macht man noch Obst Na ja was kann man denn bitte voll schmacken Ein Obst schmacken oder Na ja Na ja Also habe ich auch da auch noch Mehr voll schmacken Für mich ist es leise sein bei Füllen Ah jetzt ist es gut Uuuu Erst wer das auszuschneidet Das ist nur viel Großstatt für die Arbeit Ja Ich hab das jetzt vielleicht noch geessen Oder Ich hab das nicht Mundgerechte Eben Hey Birnen geht Mundgerechte Eine Was braucht das Salz erst? Wo braucht man Salz Nein? Zucker Essig Essig und Öl Ich weiß es nicht Dürfst du eigentlich das Messer wünschen? Dürfst du eigentlich Dürfst du eigentlich Dürfst du eigentlich Dürfst du eigentlich Also Dürfst du eigentlich So Halt es einmal zusammen Also Lauter Pappel in dieser Glase Wir gehen dann nicht einmal in der Glase Was? Nein Lauter Wiege Wenn er geschnitten ist Der Opfer einmal Die Bären Sparte oder Da können wir das noch offen machen So eine Birne Ist gut gerecht geschnitten Ja beim Laim noch keine Birne geschnitten Birne wird geschnitten Das ist echt mei Birne wird geschnitten Birne wird geschnitten Birne wird geschnitten Sauter Ups 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 Gib mir den Rest Und mal Was willst du? Schenk mir das. Mir aus. Bitte hört sie mir alle zusammen und schlägt euch einmal. Ich bin mit in einem Video. Es ist seine Karriere. Es ist meine Karriere, was du an einem Seitenerfahrten hast. Du bist mit auf Instagram. Ja, genau. Mörts mich auf Instagram. Oder wie das heißt. Mörts. Mörts. Mörts einen Instagram-Account für dich. Ja, wenn du verholzt und alles. Marinate isst du? Eiserng. Zucker, einen halben Liter Essig. Nein, das kriegt ihm lang, wenn es im Auto ist. Kommst du noch mit dem Essig? Sobald wir mit der Birne fertig sind, kommen wir drauf. Weil ich von meinem Opa kriege. So. Wie hast du die Marinate gemacht? So wie immer. Hälfte, Hälfte Wasser Essig. Und der Rest ist Zugang. Schusserl. 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 Was ist das? Ein 8 Liter Essig. Schusserl. 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 Super ist das. Jetzt gehst du mal. Der Essig bringt erst so richtig die... die Zuge und die Brüft und irren Schmacken aus. Der Essig bringt erst so richtig die Brüft und irren Schmacken aus. Der hat sie. Der ist sicher so grüße Kurschen. Ja, das schreibt er weg. Das hat ein paar ich im Video weg. Das gibt's ja nicht. Der Essig. Der Essig war... Der Essig. Das war's.